wieder richtig das war jetzt zu dir und schenken können dazu dennoch neklar zu mir weiß minzen total komisch ist aber wenn ein gegner 0 hat dann klauen sich die minzen davon keine ahnung weil dir gleich schnell wieder drei die computer wusste dass du das ich war ja immer noch und wechseln ich bin der dreck saune warum darf ich mit der polnisch wieder zusammenarbeiten weiß ich nicht und darf ich mit dem fettzack arbeiten das gute ist und sie bremst nein ich werde zu schön schade oder war ich habe gewollt spielen vom stick kann auch sein ja ja immer bis immer bist du selbst ja da oben ist warum ist es ja noch günstig jetzt werden alle bauter knutschen oder so was weiß ich das das ins blog spring jetzt mal kurz man es jackpot block ich habe die minzen habe du hast einen kleinen und danach einen großen bekommen und ich war der einzige dazwischen weil ich die eine dann noch bekommen aber das war auch gut dass wir gleich zu anfang bekommen keiner von uns kein einziger von uns wird drauf kommen kannst du machen was du willst kannst du warten ob du ein einziges oder ich kriegst du nicht ich krieg natürlich eine 10 du kriegst gleich den vollen jackpok also muss ich eine 8 jackpok 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 wenn es mini spielt das ist ein drecks mini spiel die komische nebene warum ist dabei die plattform sich bewegt hat und damit gegeben ist keine ahnung ist ja egal 0 leser nix trotzdem sie gleich beim jahle an den münzen ich wechseln vorher sagt ich ja das glück habe ich ja die ganze zeit gehabt komisch dass jeder auf der seite bleibt weil ihr der geist ist typisch mal ich glaube browser wird die runde hier machen avario browser sowieso ist der oberpohr hier also der wichtigste niedergezahl doch damit das irgendwann automatisch jetzt kann man noch mal eine runde vermeiden glaube ich nicht haben wir auch schon gehabt sicher werden fast jede spiel haben wir schon auf alles 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 Oh, ich dachte schon, ey. So ein Glück, ja. Was wollte man denn noch komisch gefangen heute, sonst hätte ich eben gewonnen. Ja, ich hätte auch ein Problem damit. Ach ja. Mann, Mann, Mann. Ich glaube, überwahre Münzen. Do it. Adolf. Was ist denn? Hört grad die ganzen Tasten von dir Ja und? Elf Münzen Und einmal bitte wechseln Geht nur noch, dass du dann da raufkommst Auch nochmal Drück Drück, drück, drück Weißt du mehr? Ja, genau Hab ich Drück Ach, jetzt wirst du mir leid tun Hä? Bist dein Ernst? Ja, du hast mir Münzen geklaut Ich gleiche nicht Auge um Auge Hallo, da wird Auge mit Faust verglichen Ist das dein Ernst, dass du jetzt die ganzen Münzen dafür verballerst? Ja Bis ich einmal rum bin Hab ich meine 20 Naja, ich meinte eigentlich Wir gehen einzeln, aber wir haben ja noch genug Zeit Warum? Lieber gewinn nicht und tun mir ein paar Sternen Dann können wir noch ein extra Stern Ja, deswegen ja Wacken Immer lieber kacken Wie in der Pause Wie in der Pause Also können wir eben kurz einen Cut machen Ja, aber wir sind schon zwei Stunden nahm, ne? Und deswegen, oh, der ist so ein Idiot Dann machen wir kurz was spielen noch Ja Und wenn wir bei mir sind, machen wir dann kurz den Cut Und dann darf keiner von uns beide drücken gleich Na gut, kann passieren, wenn ich den Kontrolle einlege, aber Ja, ja Wenn du den Kontrolle einlegst, dass du drückst Hm, Z-Knopf Ist bei mir eher zwei Der ist hinten Hätt das jetzt gehabt? Ich So Oder? Wieso nicht Du nicht, ne? Doch, ich war's Hm? Doch, ich konnte bewegen Komm Bitte, Centos Ach nö, tut mir leid Na gut Na gut, dann leg deinen Kontrolle jetzt schon auf an Hab ich schon Okay Boah, dann lassen wir das dem Bildschirm da Na? Ja klar Bleibt ja jetzt zu kleben Wir machen dann jetzt kurz einen Cut Machen pinke Pause Und sehen uns dann gleich wieder Tschüss. Tschüss.